äh, Atommel, Atommel. Ja, wo ist denn das hier? Shit. Achso, ich kann's nicht hier rein tun, ich Idiot. Warte, hab ich hier gefunden. Ah, ne. Ah, jetzt sind wir alles angekommen, scheiße. Damit. So, da noch da. Wo geht denn das runter? Da hinten oder da hinten? Hier kommt's. Muss das geändert werden? Hä, die fließen richtig rum? Ach, hier geht's runter. Okay, los. So. Ja, das sieht recht funktionell aus. Ja, hm. Hat's jetzt funktioniert oder nicht? Ja. 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 Ja, ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Jawoll! Funktioniert, meine Methode. Okay. Ich bin jetzt nur den Freiraum. Ist einfach nur ein Fließband. Hier kriegst du den Weg. Äh, Nico? Ja? Abgefunden. Okay. Oh, das hier ist über den Weg, weil ich wieder nicht sehe. Wahrscheinlich, ich muss zum Platz hinbekommen. Auch nicht. Ich hab jetzt vor den Nato gepliziert, ich kann ja nichts anschließen. Nicht genug Freiraum. Ich komme. Ja, guck mal, ich mach das anders. Mensch. Auch nicht! Nicht genug Freiraum, bei allem! Ich komme. Wird gar keinen Sinn? Oh, ich hab Dix im Moment. Scheiße. Recht. Okay, dann gucken wir mal, ob ich hier kein Fließband nutzen kann. Das ist mir auch so ein absolutes Rätsel. Äh... Das ist zu lang wahrscheinlich, oder? Nein, ich kann hier nichts passieren. Nada. Gar nichts. Hä? Ich hab ja gar nichts. Stimmt. Weil du fuhr so einfach selber im Weg bist. Liebens, da war mir vorher was. Hä? Leute, da stand zwei ineinander. Deswegen... Nein! Ich hab nur ein... Geht doch gar nicht, ich hab nur noch einen gebaut. Da stand nichts. Hä? Da stand nichts. Einmal geklickt und hinbeziehen, wie normal auch. Ja, gut. Aber... Wow! Ja, scheinbar war das... Das ist einfach das Problem. Ja. Ey, Nico, kannst du noch mal da Uranmüll mit dem? Danke! Ja... Ja, ja, ja. Mach ich. Da hast du weniger Filter, ne? Naja, gut. Ich hab neun. Und du? Ich hab zehn. Äh, acht! Aha! Jetzt will ich rennen. Ne, muss denn nicht. Wieso renne ich eigentlich hier... äh... Müsst du irgendeinem... ... AKW-Ding... Komm schon. Ich hab die durch. Lass mich hoch. Ach ne, da kannst du nicht reinschmeißen. Scheiße. Ja, zu mir. Bei mir ist es doch einfach geradeaus durch. Wurzeln. Äh... Ja, ja. Äh... Egal. Hier geht's auch. Ich komm ja gar nicht mehr nach oben. Hast du dir da zugemacht? Ist dein Ernst? Ja. Wow. Okay. Wurzeln. 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 Jetzt müssen wir aber noch unten absaugen, sozusagen. Dass da nichts mehr drin ist. Gute, wenn wir einen nicht so Moranweg haben. Ja. Dann kann man die Ortierung mal finden. Klar ist es. Keine Ahnung, wo ich da rum musste. Nice. So. Ja. Ach, hier ist schon wieder so ein Vieh. Na, Giraffenvieh. Ja, vielleicht noch nicht weg. So. Wer ist denn das? So. Wo ist das Orantritt? Da. Den willst du dich abreißen. Ja. Wurzeln. 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 Glaublich. Wurzeln. Blüfteln. Neafitals. Wurzeln. 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 Ein pferdeln. Wurzeln. 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 Wurzelnblumen Corporate Two Filmsamm severeis. Ah, toddler, ... ... ... Dann reichen die Platten hier alle ab, richtig? Ähm, warte nicht. Warum? Weil es ja komplett unnötig jetzt die Platten hier unten... Ja, warte mal, die abreißen schon gleich 8. Ich guck dir das nochmal an. Du siehst da oben ein, ich hab... Bezug! Äh, weg! Ah, er hat ja gar nichts... Er hat ja nur 3 Fäder geklärt. Alter! Komm mal hierher! Arbeite dran! Hier! Hier musst du aber hin! Hier! Oh yeah! Da hinten! Nee, da ist das ein Fels. Äh, das ist die Platten hier. Boah, weiß ich nicht. Ist eigentlich schon, ne? Ist wohl nötig. Im Ende ist es bis hier so. Genau, die würde ich noch abreißen und dann meinetwegen ab hier lassen. Würde ich sagen. Okay. Ich hab gerade zu viele ausgebaut. Okay, da wäre die Flager hier aber... Ja. Ach, Steuerung. Ja. Aber ich werde immer verkackt, Nico. Äh, so. Wie viel kann ich maximal aus? Alter, was? 50. Oh Gott, Alter, jeder schnell! Jo. Noch was? Ja. Dann kann ich normal abbauen für einer. Ja, easy. Okay, Apochi, wir sind schneller als bauen. Jo. Abstand. Guck mal, wir haben noch eins vorkommen hier. Ja, ich weiß. Wir brauchen es halt nicht. Nö. Oder noch nicht. Gut. Dann sind wir jetzt mit dem AKW fertig. Perfekt. Du hast den, äh, diese Nifty runter abgebaut, grad bei Apochi, ne? Den einen hast du abgebaut. Ja, genau. Waren wir unten das Fließband dann bis dahin. Hast du aber weggelassen anscheinend. Also, wie gerade? Ja. Perfekt. Okay, alles. Guck mal, das ist 2-Bass. Yay, endlich mal wieder. Schon lange her, ey. Ja. Ja, dann lassen wir mit 2-Kamera mit dem Zug fahren. Ja. Noch freue ich mich, Nico, bis ich dann gleich da bin. Ja. Aber hier ist alles funktionell. Und jetzt fahren wir dahin, wo nichts funktioniert. Oh, ja. Wieder mal. Wo wir in den nächsten 1000 Stunden wieder sein werden. Also, danach eventuell mal langsam die 2-Bass, aber jetzt Mülllagerbremse. Ich würde dann erstmal lieber das auf jeden Fall das Mülllager machen. Naja. Brauchen sie auch dann aus Abfall für die 2-Bass und so. Von daher. Ja. Dann können wir da auch direkte Rohre und Fiesbinder so eine direkte Verbindung hin machen. Ohne den Zug, weil es ja direkt eben eine 2-Bass ungeboren wird. Mal schauen, ja. Nachdem. So, äh, ja, Nico steht jetzt hier drauf. Ich würde doch hier drauf stellen. Alter, ist das langsam. Ja, brauche mal, Nico. Ich brauche ziemlich ruhig. Ist das, oder? Ja, ja, ja. Alter, überhaupt Werkmachter stehst du. Ja, ja. Wir wollten da, äh, hier, Fiesbinder, also jetzt zum Beispiel fähig drauf. So, ich fahr für Vollgas gerade aus. Ich hoffe, dass er erreicht ist. Boah, was ist nicht jetzt die Strahlung? Boah, ich will die Schaden, aber komm. Bin ich drauf? Bei mir? Ja, du bist drauf. Vorsicht, du ranzug. Ja, ja. Ach so. Er will... Ich mag halt hier fahren. Er fang gerade auch durch. Das ist nicht so eine Option mit dem Ding. Ja, ich muss mit dem aber automatisch fahren. Weil, ne? Sonst fallen wir durchgehend falsche Wege. Alter, der ruckert bei mir so krass, ne? Ich weiß halt den von Anhängern, falls das auch nicht. Ja, ja, ja. Der ruckert da nicht so, der dreht sich gerade durchgehend. Vor allem die Lokomotive, wo du trotz hast, durchgehend im zweiten und dritten Anhänger, packt er sich hinten rein, dann dreht sich wieder vor. Oh. Ich weiß, dass er mich runter flippt gerade. Ich muss noch keinen Tipp an. Alter. Das verstehe ich halt nicht. Also der fände so oft falsche Wege, ich kapier's nicht. Nein? Nee, nee. Nicht hier halten. Nee. Stopp. Der hält dich an. Ja, ja. Ich mach schon. Ja. Ich bin draußen. Was weißt du? So. Nächste halt. HQ-Gleis 1. So. Bitteschön. Ich glaub schon mal da, wo keine Strahlung ist und gibt da drauf. Ja. Ich hoffe, du schaffst es dann. Eigentlich was da. Ich fahre seinen Weg. Nächste halt. Ich fahre schon mal, hier zieht sich da schon keine Strahlung. Ich hoffe nur, dass du nicht nicht zu sehr hinter bist. Das sagt aber, wenn du kommst. Voller Mensch hat es nämlich das angesagt. Oh mein Gott. Du tritt dich einfach nur. Oh, du tritt dich eben richtig gut. Jetzt. Perfekt. Au, au, an. Boah, er fährt anders dann. Was ist denn so krass, Alter? Hallo? Ich hab gleich vorher draußen. Und ich weiß nicht, dass ich da unten gemacht werde. Mhm. Genau nicht. Ne. Ich war eigentlich schon gern davon zu oft. Das ist aber... Ich dachte so, wir könnten noch mit zwei Zügen fahren, dann würden wir einen Tick schneller gehen. Ja, klar. Aber ja, besonders ist das Problem, wir müssten alle vier Container... Also, das wäre zumindest am besten. Das wäre der eigentlich deutlich schneller. Und dann rüber... Ja, vor allem, ich meine, querechte, wir hätten dann eine Runde und... Ja, Alter. Unmöglich, ja. So, bitte nicht nach links. Komm, komm, komm. Das wäre jetzt richtig, wie will. Links abbiegen, links abbiegen. Oh, gut. Hört. Werde euch hoch und kommt, glaube ich. Ich hätte ihn durch verlassen müssen. Weil mit 8 Eiligern Rückplatz hochfahren kannst du vergessen, glaube ich. Allein hochfahren ist schon... Hallo? Allein das. Ja. Das hier ist doch nicht so krass. Fahr da mal aus zum Öl runter. Dann wäre ja, vorbei. Da ist überhaupt besser. Ja. Mit der Achterbahn. Jetzt ist das Schrot hier. Achso, genau. Und hier würde ich gerne die Bäume noch abbauen. Für die Tiere. Was? Nein! Er hat so ein bisschen Paar, weil ich in der Mitte... Bitte sterben, bitte sterben. Ich bin schon nervig. Oh nein. Oh. Jawoll. Finde ich mir voll geil, tatsächlich. Die Bäume auch, dass sie nicht nur durch durchwärts. Nee. Aber vielleicht ein oder zwei Bäume... ... die Sprüche. Auch zwischen den Schienen, die die eigentlich nichts anhaben. Nicht voll cool. Ja, das sieht zwar schön schön aus, aber ich finde es irgendwie komisch. Ja. Ja, doch. Alles Gute, das ist ja meine Welt. Ich kann einfach ohne dich reingehen weg machen, dann kannst du nichts dagegen tun. Du brauchst mal, du hast halt auch ohne mich. So, das schon mal... Ja. Ja. Geil. Ja. Ja, bitte. Geil. Entschuldigung. Geil. Das spielt immer neu, ne? Ah. Jo. Ich glaube, es ist voll noch schlimmer, weil sie hat schon... Scheiße. Oh, ja. Und ich glaube, die T-Tubes versucht das Board, ne? Das sind auch noch FPS. Die werden wir gleich mal einbinden. Und da halt überall halt Wege hin machen. Das kann gut sein, ja. Auch nochmal Kredite. Ich glaube, FPS wird das eher schlimmer. In Zukunft was besser. Ja. So, ähm... Wie ist es gut denn jetzt? Irgendwo unten vielleicht. Naja. Ja. Ja. Ich bin auf der Schiene. Ähm... Okay. Und Leute, es ist ja auch... Es ist ja auch wiedergekannt. Weil es war noch kein Zug geschüttert da. Noch kein Nix. Ich habe einfach nur Luft. Ja, cool. Dann kann ich einfach da runterlaufen. Ähm... Oh mein Gott! Boah! Was? Wo bin ich? Was ist das hier? Okay, wir gucken wir uns anziehen. Was denn? Hm? Habe ich an. Oh Leute, das ist glücklich. Das stand ja unten auf der Schiene. Ja? Hier. Bei mir. Ja. Ja. Hier stand ich gerade. Und dachte so, vor mir lädt alles. Ich so, ah cool, da sind ja Maschinen und so. Lauf geradeaus. Auf einmal habe ich... Es ist ein Bild schwarz, weil ich hier oben... Also bei mir stand ich unten drauf. Aha. Aber ich stand hier oben drauf eigentlich. Dann laufe ich durch ihn dagegen. Ich weiß nicht, was jetzt los. Runter. Hä, da ist nichts. Du guckst noch mal runter. Stand dann so. Ich so, oh mein Gott scheiße. Und dann dachte so, hey warum stehe ich auf der Maschine drauf? Das gibt's doch nicht. Hier oben gibt's doch keine Maschinen. Dann laufe ich hier so runter. Oh Leute. Was ist das? Schon gewundert, warum ich nicht auf dem Zug drauf bin. Aber warte mal ganz kurz hier. Wollen wir tatsächlich alles direkt hier schreddern? Was? Alles? Ja. Also nie, nie, nie. Also der Farb ist doch schon mal nicht die Kur. Ja, aber... Großen Teil. Weil das ist einfach übel. Hier. Oh Gott. Dann baue ich mal ein paar Quartener, die wir hintereinander klatschen. Na schade. Warum was auch machen? Ja. 100 Pückenplätze nämlich die Fläche noch auf. Ja genau. Also die... Also ich würde sagen nur die Ressourcen jeweils sowieso herstellen. Machen wir weg. Alter, auch das mit Beton. Ja, oder? Haben wir halt zu Wort genommen, warum er grad ist. Ja, Stahlbeton. Aber das gefühlt ist das Zeug so teuer und wir schmeißen alles weg. Aber wir haben da schon krass viel. Ja, wir haben da von der Funktion was von da, ja. Ja, und beim Warten spielen ist es halt immer so, auf keinen Fall weg. Ich werde immer wiederverwerten, weil man kommen was davon hat. Und hier so. Ja, das war alles zu verschreddern. Ja. Also den ersten Verkauf nicht würde ich sagen. Ja genau, den ersten auf jeden Fall nicht. Wo ist der Schredder hier? Da ist er. Ja. So, ich will bei mir doch die lassen, ähm, eine Kofferfläche rausklauen, weil wenn wir Rohre bauen müssen, haben wir hier keiner. Und zwar im AKW ist die Produktion, aber müssen wir erst so hinfahren und das Zeug holen. Wir haben da auch kein Vorrat. Äh, Lächeln. Wir haben da auch keine Produktion für Fläche. Das stimmt. Die Lächeln und das Zeug holen. Ja. Okay, ja. Vorher wieder stundenlang an der Maschine und stehen müssen die erst schon ein bisschen scheiße. Besonders, äh, die brauchen wir auch noch für Forschung. Und da anderen. Wir schütteln wir mal ein Rheinhorn. Shit. Ich bin im Freiraum. Ja gut, dann müssen halt ein paar Dachplatten weichen. Das ist halt so. Also knapp 1000 Fläche habe ich jetzt auf 59 oder so. Nice. Der Rest kann ja Schreie werden. Ja. Erlaubnis erteilt. Also außer der erste Wirkung. Schau mal, der bitte nicht. Und ich offensieren. Sehr gut. Äh, wo ist denn jemand? Äh, Stromdingens, Strombast, alter. Ganz weit weg. Hä? Da ist einer. Boah. Ja. Die Leitung zu langen. Hm. Der A weniger drauf im Spielgrad noch, aber... Aber ich will eigentlich schon gleich meine Stacks auffüllen quasi. Die eingefrochen sind. Mhm. Beton kann ich auch weg. Ich habe zu viel Beton dabei. Ja. Das war voll. Ach, scheiße. Nice. Wir sind super da. Jo. Ja. 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 Was? Achso, aber ist sicher. Ja, aber wir haben keine Hoffnung dafür. Ja, ja, verstehe ich schon. Alles klar, 100%ig safe, aber wir haften nicht dafür. Das hat noch nichts zu tun. Komisch. Ich kann doch hier so eine Schnecke erfroschen. Wo war das denn hier? Und das kann nicht alles weg. Grüne Elektroschnecke. Ich bin auch von der. Ich habe noch eine schöne Schnecke. Und ich habe noch eine rote. War ein roter Moment. Soll ich nicht gedacht. Mal schauen. Ich habe auch noch eine grüne Schnecke. Und ich habe noch eine rote. Hat er eine rote im Winter? Mal schauen. Äh, hab ich keine. Äh, aber wo sind die denn? Die haben mir wahrscheinlich schon weiterverarbeitet. Scheiße. Okay, äh... Generellikforschung, ich möchte mal gucken, was es da gibt. Ach, das ist schon die 100 Alkal-Aluminium-Sheets. Für die Luftfilter und so, das haben wir ja schon, eigentlich. Mit was? Da brauche ich die Chancen schon mal rein, weil das ist alles, die sich auch noch machen können. Äh, doch oben tausend, da haben wir auch voll viel Gummi. Stimmt, da... Da rette ich noch auf 500 Gummi. Ich mach grad, ich bin sowieso hier oben. Äh, ich hatte eine Milienschitz, warum hat die denn noch mal eingelegt? Wahrscheinlich hätten wir den wichtigen Waggon. 500? Könnt ihr dann. Ja, 500. 1, 2, oh Gott. Ich muss einen Ventarplatz für... Ne, die haben wir hier in den Punkten dran. 1, 2... Wo sind die denn jetzt? Da. 200, 300... Ey, Niko, Alkal-Aluminium schießt jetzt 100 in die Forschung reinmachen oder? Weil wir haben 112. Mal, ich brauche mir hier eigentlich nur für MK5 Sachen und Schutzentzüge. Das stimmt. Wahrscheinlich brauchen wir sie nicht... Dann mal die Forschung durch. Also. Deswegen... Hm. Ach komm, ich wäre dafür. Ja, okay. Dann... Let's go. Aha. Machst du das Skirmiratsch, dann kannst du das letzte Ding launchen. Bei deinem Job. Aber hier ist doch nur die denn in der Strecke. Geil, ja. So, was kann ich hier noch weg tun? Ey, Niko, wenn du kommst, kannst du auch noch 200 Kabel mitbringen? Äh... Ja... Ja... Okay. Okay. Hm, hab ich... Kann ich das noch mitnehmen? Ähm... Es gab da auch schon Radar-Torzüge, aber warum haben wir denn die gebaut? Ja. Das... Weiß ich nicht genau. Dann gibt's für mich auch noch diese, äh... Was ist denn hier? Die Knall-Super-Horscheiße. Verbessertes Ding. So, äh... So, hier kommt Gummi rein. Und... Vor mir kommt bitte das Kabel. Jupp. Erstmal Gummi. Und... 200 Kabel. Okay. Gerne. Was machen wir eigentlich hier mit... Das kann da... Eigentlich auch größtenteils hier weg. Ja... Hallo, ich meine, hab sogar Kabel? Ja, hey. Egal. Ich würd's erstmal lassen, oder? Nee, komm, lass doch grad weg. Schreit dann, oder? Ja, nicht alles. Ganz ehrlich. Vor allem die ganze Bier muss man schon aufheben, hier nebendran. Und die, äh... An in den Schrank. Ja, Mats, ich red immer nur von den Ressourcen, die wir auch selber produzieren. Ja, okay. Ja. Okay. Also... Das... Das ist sowieso. Dadurch. Dann rette ich grad noch, aber... Ja. Achso, gut. Und sowas wie Turbotrei, logischerweise, ne? Das ist schon wichtig. Aber... Der Rest... Also... Links kann halt... Oder links wird halt Gummi, Kunststoff und Kohle wegkauen. Was? Gummikunststoff... Nee, stopp! Betonkopf ist was? Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. So, die Sachen würd ich sagen behalten wir und der Rest hier weg. Rechts, richtig? Äh, ja. Gut, Kohle auf jeden Fall. Ja, perfekt. Was? Was? Das tut mir irgendwie weh. Oh, was? Ich will immer alles im Dagger haben und... Nein, das ist meiner. Lass den. Brauche ich auch keinen. Oh. 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 Was nehm ich denn? Gar nichts. Boah, schmeiß ich weinen. Noch zum Müll. Ja, ein bisschen Trasch ist immer gut. Was auch voll die lustige Idee ist, wenn du dir denkst, du machst ne Mülltruhe, dann schmeißt halt alles direkt in den Schredder. Ja. Das heißt, wenn du da wichtige Sachen rein tust, weg. Ja, weiß. Vor allem sollte ich einfach irgendwo hin und dann so, äh, wo sind denn meine ganzen Batterien? Äh, wahrscheinlich geschreddert. Das wärs, ey. Dann bist du schuld, hä? So, kannst du mal so ne Kiste nehmen und da mal auch wichtige Sachen reinschmissen? Ne. Nehm dich doch, äh, Dings. Äh, hier. So, ich werde schon neben rein tun. Das läuft schon ganz schön langsam, du, ich... Ja, kannst du auch auf Dauer, ist doch egal. Hm? Kannst ja, wir können ja auch ein bisschen länger da stehen bleiben, ist erstmal wurscht. Das ja, aber der produziert so langsam, dass ich doch noch nen Container schließen muss. Haha. Äh, das hab ich natürlich nicht genügend davon. Ich hatte schon ein paar abgerissen, weil ich dachte, ja gut, viel mehr haben wir nicht, aber doch. Ja. So, warte, fertig. Hast du Bescheid? Dann gehen wir mal gemeinsam in die Produktion rein und schauen uns das Chaos mal hin. Weil da haben wir bisher noch gar nicht reingeschaut, wir wissen eigentlich gar nicht, wie viel wirklich am Arsch ist. Okay. Ich zu mir so nicht. So, ist perfekt, gut. Die Maschine können wir eigentlich auch mal abreißen jetzt, oder? Die für die Kunststoffbleche, äh, Kupferbleche. Ja, ja. Ja, ja. Und der Strom hast hier. Ja. Falsch. Ist ja eigentlich so schade, ob das hier ist, ja? Ja. Stimmt. Los mit uns. Hm. Hier gehen wir eigentlich nicht auf die besseren Strombesten, oder? Oder sind das schon die Besseren? Das sind nicht die Besseren? Auch sonst. Nee. Nee. Ja, hallo. Das Hauptwerk ist besser als die Sonne. Eigentlich. Ich will ja auch keine austauschen, von daher, nee. Ja, richtig. Eigentlich wär's ja nicht schlecht, aber... So, denken nach da, an die beiden, und nach da. Das wäre einfach was easy. Alter, auch zu lenken. Ah, verdammt. Ich wollte doch noch Sachen funktionieren, mit denen... Ich wollte doch noch Sachen funktionieren, mit denen... Ja, schon mal gemacht. Okay, ich geh schon in die Produktion rein, wenn's okay. Sollte ich warten. Äh... Mach ruhig, denn... Ich würd's sowieso noch... Alter, legt das hier gar nicht. Ach, schaust du zum Beispiel mal unten rein, weil unten sollte ja eigentlich alles funktionieren. Wenn nicht, dann kotze ich mal oben auf der Koppel, dann wird alles erwartet. Ja... Schauen wir mal, ob oben wirklich alles funktioniert. Äh, unten alles funktioniert. Aber dürfte eigentlich ja. Ja... Ich wollte da... Das ist einfacher. Die Endprodukte... Oh jee... Okay... Okay... Ja... 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 Das ist praktisch. Ja... Wie er da hat, flutzt sie wahrscheinlich. Ja... Sag mal, sowas sieht gut aus. In der untersten Etage. Der ersten wie immer. Okay... Da hab ich noch nichts gefunden, was nicht funktioniert. Da hab ich noch nichts gefunden, was nicht funktioniert. Ich hab mich aber auch ein bisschen gewundert. Jo... Oder sowas von. Ja... Ja... Wie du es vorhast. Oh... Ja... 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 Wir waren uns ja aufgebaut. Da waren die Maschinen... Da hätten wir die Maschinen in der Mitte war... Das Zeug... Und das Bussystem da... Okay... Wenn hier was am Arsch ist, sind... Sind wir am Arsch ey... In der zweiten... Mhm... Brauchen sie gut aus. Die Ausrüstungssachen... Und da sowas wie Schutzanzug... Und... Dieses Sprungstellz und sowas... Tue ich alles auch unten in die Kisten, oder? Wollen wir eigentlich... Nicht oben im Zug. Ja... 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 So... Einiges sind da... Mal kapiert... Neu... Mhm... W- W- Das ist gleich mal da... So... Die hier... Wird auf mich fährlich sind... Die Maschinen bitte funktioniert. Okay... Okay... Ich... Fliegelding durch... Hallo du! Hehehe... Sind wir so durch... So krass durchgeflogen? Ja... Ich fühlte ja... Es ist zumindest in der Komplette Etage durchgeflogen. Mhm... So viel steht auf jeden Fall fest... Vielen Dank.